Der Schweiß rinnt, die Zähne brutal zusammengebissen. Ich hasse mich da auch schon mal während des Sports. Danach ist alles wieder besser. Cozy Cardio soll ja Abhilfe schaffen. Ruhiges, moderates Training. Aber ob das wirklich funktioniert, darum geht es in diesem Video. Hier bekommt ihr umfassendes Wissen zu den Themen Fitness, Gesundheit und Lebensqualität. Dazu aktiviert ihr bitte die Glocke und abonniert den Kanal. Cozy Cardio, das hype wirklich gerade richtig intensiv. Ist ein Cardio Training, so wird es uns versprochen. Und wenn ich mal erstmal auf diesen Begriff Cardio zurückgehe, dann ist Cardio Training natürlich immer eine erhöhte Atemfrequenz und eine erhöhte Herzfrequenz. Weil es müssen ja bestimmte biochemische Prozesse im Körper passieren. Und die Herzarbeit und der Stoffwechsel muss in bestimmte Höhe geraten. Und genau das passiert bei Cozy Cardio eben nicht. Schreitet ein wenig auf einem Laufband, schaut nebenbei mal so ein bisschen Netflix und alles ist sehr smooth, sie mit ein paar Kerzen möglicherweise an. Aber ist das wirklich Cardio Training? Und ich würde sagen, nein. Denn die Herz-Kreislauf-Funktionen werden nicht ausreichend hoch stimuliert. Ich brauche eine gewisse Belastungsintensität. Und ihr wisst ja immer, wir gehen ja so von einem groben Wert aus von 180 minus Lebensalter und Herzfrequenz so als Richtgröße. Das erreicht man bei Cozy Cardio bei weitem nicht. Another fantastic Cozy Cardio Session. Stay cozy. Wenn wir hier unsere Sportlerin sehen, dann ist das in 40 Minuten etwa 2,5 Kilometer geschritten. 150 Kilokalorien verbraucht. Da muss man wirklich sagen, das hat mit Belastungsintensität im Sinne des Trainings und des Cardiotrainings rein gar nichts zu tun. Ja, es gibt ein bisschen Zufriedenheit. Man beruhigt sich, man ist ja körperlich aktiv, das am frühen Morgen. Ja, alles wird geschmiert, Gelenke möglicherweise geschmiert. Aber sicher fürs Wohlbefinden ganz nett, denn wir wissen ja auch, dass beim Spazierengehen die Durchblutung im Gehirn allein um 30 Prozent erhöht wird. Also es macht schon ein wenig frisch. Aber Training im Sinne der Herz-Kreislauf-Adaptation, Ökonomisierung der Herzarbeit, Messung durch Blutung, Einfluss auf die Diastol und Systol, all das passiert hier nicht. Und schon gar nicht werde ich einen langfristigen Effekt haben im Sinne einer Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Es ist eher ein Wohlfühlprogramm. Am frühen Morgen gemütlich, aber ein wenig sportiv in den Tag zu starten. Könnte man auch anders machen. Könnte man zum Beispiel auch einfach aus der Bahn aussteigen und ein paar Schritte schnell ins Büro oder zum Studium laufen. Ist ja nichts anderes. Und da ist man manchmal sogar schneller unterwegs, weil die Bahn einem gerade wegfährt und dementsprechend man etwas mehr Gas geben muss. Also das als Trainingseinheit zu beschreiben, ist mir einfach zu wenig. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, besser als nichts. Und gerade für Anfänger und Anfängerinnen so ein bisschen hineinzukommen, in das aktive Leben, einen gewissen Rhythmus zu bekommen. Ja, dass immer Trainingsprozesse regelmäßig stattfinden. Dafür ist das sicher gut. Und insbesondere auch so ein bisschen das Immunsystem zu aktivieren am frühen Morgen. Die Muskelarbeit so ein bisschen zu stimulieren, dass auch die Lymphe wieder fließt. All das ist natürlich ein positiver Effekt. Aber nachhaltig und langfristig muss es irgendwann Training sein und das setzt ganz andere Belastungsintensitäten voraus. Also, Cozy Cardio eine schöne Idee, aber eher fürs Wohlbefinden als als Sport zu bezeichnen. Also, Cozy Cardio eine schöne Idee, aber auch für Wohlbefinden als Sport zu bezeichnen.